Wir erhalten großartige Berichte von den Ärzten. Das ist ein unglaubliches Krankenhaus, Walter Reed. Die Arbeit, die sie leisten, ist einfach absolut erstaunlich. Und ich möchte Ihnen allen danken. Den Schwestern, den Ärzten, allen hier. Ich glaube auch, dass wir einige der großartigen Patrioten, die wir auf der Straße haben, eine kleine Überraschung bereiten werden. Sie sind schon seit langer Zeit dort draußen und haben Trump-Fahnen. Sie lieben unser Land. Also werde ich es niemandem erzählen, außer Ihnen. Aber ich bin bei der Sache und ich bin dabei, einen Überraschungsbesuch zu machen. Vielleicht schaffe ich es, bevor Sie mich zu sehen bekommen. Aber wenn ich mir die Begeisterung anschaue, dann muss ich es tun. Unsere Leute, die die Arbeit, die wir machen, lieben. Wir haben mehr Enthusiasmus als vielleicht jeder andere hier. Es war eine sehr interessante Reise. Ich habe viel über Covid gelernt. Ich habe es gelernt, indem ich wirklich zur Schule gegangen bin. Dies ist die wirkliche Schule. Dies ist nicht die, lasst es uns in dem Buch lesen, Schule. Und ich habe es verstanden. Ich verstehe es. Und es ist eine sehr interessante Sache. Und ich möchte Sie auch darüber informieren. In der Zwischenzeit lieben wir die USA und wir lieben das, was hier geschieht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.